Los! Such den Ausgang zum Platz, dann machen wir das. Haben ihn ab. Ach Gott sei Dank. Wollen wir mal drauf warten, dass der Panzer kaputt geht? Von unseren Lüftunterstützungen. Ich glaube, das ist die Bank. Ich nehm's an. Ja. Scheiße, wo ist der hin? Scheiße! Gibt's nur ein Raketenwerfer und ich kümmere mich drücken. Raketenwerfer? Burn, motherfucker! Alle Einheiten unserer Position klären sich feindliche Panzer. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Ich sag doch, ich fühl mich an den Bull. Wohin? Was! 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 Oh! Legt mich fett! Dort Eis, dort Eis. Na toll. Ich bin ja immer ein Meist überfordert bei solchen Situationen, wie man das bestimmt unschwer erkennen kann. Ach ja, guck an. Nummer 1, Schafter hat gesessen. Und, 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 und. Nummer 2. Jawoll. Danke dir. Oh, da kommt noch einer. Die Verforderung macht zu spreid. Panzer nähert sich von rechts. Panzer, voraus. Guter Schuss. Der war der letzte, ne doch ne. Gebäude ist noch nicht gesichert. Also wir müssen jetzt hier die Stellung halten. So wie es scheint. Und da haben wir doch mal ein paar Feinde. Weitere Wasser von vorne. Das ist eigentlich so vorne von links. Der kommt schon, der kommt schon. Mal kurz hinlegen, mal ausruhen. Sammeln. Wo denn? Wo denn? Wo ist denn der Sammelpunkt, meine Freunde? Den mag testen wir da. Wie immer. Sehr schön. Wir besichtigen also ein brennendes, instabiles Panzengebäude. Kann man nicht schöneres vorstellen. Ist die Frage? Ist das Feinde oder Freund? Ja. Der hat sich verledigt. so mal wieder folgen schöner EKB was man ja alles so sieht da ist er auch in die Gang was machst du einen Freak ja mal gucken ich glaube die kommen immer wieder dann folgen wir doch lieber unseren Kameraden und ich bin natürlich falsch gelaufen wie soll es auch anders sein wie soll es auch anders sein ich bin ein dümmerster alles gut jetzt lönt sich doch eine Konörde sicher und ja 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 kommt da jetzt auch ich möchte nicht allein sein wo bist du denn hoch bei guter ach ja na komm 3 2 1 uiuiui guter Sprung und ich stehe da wie ein Trottel hier hinten das ist schon geil gebracht danke dir ich habe das Gefühl dass er etwas schiert ich meine da kann er auch nichts dafür alter das ist ja ich bin drin freut mich ne und jetzt bin drin guck da schleift da schleift da schleift da schleift einer alter ja das wird wieder nix ja das wird wieder nix hallo jawoll verloben ey dann auf eine neue ist das mit den schnellen Tasten drücken das kommt mein Gehirn nicht immer her wenn du nicht weißt wo du hingehen sollst hilft dir dein Blick ein Blick auf einen Kompass weiter hab ich gemerkt geh hoch so es tut mir leid dass wir das jetzt nochmal angucken müssen das muss doch schon sehr ewig aussieht ich muss mal ganz kurz ein Schluck trinken sein Moment wieder da pünktlich zur Leiter also dafür dass ich nicht wirklich viel rede wird erstaunlich schnell mein Mund drücken wie soll denn das noch hinführen werft kleine Granaten nein da kommt gleich einer ich komme aus der Zukunft mit köftki mit köftki oder köftfik bin drin bin nochmal erlöst mit jawohl muss ich da links 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 ich hab ihn ich hab ihn so so ich probier's jetzt nochmal und wenn ich das jetzt nicht schaff werde ich an dieser Stelle das Let's Play abbrechen rüste dich mit Waffen aus indem du in ihrer Nähe gehst und nachladen drückst gedrückt hältst ne komm alle guten Klinge sind bei alle guten Klinge sind bei jetzt hab ich mich noch nicht auf die O und dann kann ich das schon aufnehmen Puh also zuerst E drücken dann Maustaste ja also wer das beim ersten Mal schafft das ist doch das kann doch nur ein Zufall sein bin drin bin auch wieder drin bin auch wieder drin so hoffen wir mal das geht schon eh aber jetzt mach es jetzt jawohl oh ja das tut mir leid aber du wolltest nicht anders Gott sei dank sicher ach die Kuscheln ein noch ein besser du bist dran besser besser ja bei dir ziehen wir zurück das war erstaunlich gut, kommen deine Verhältnisse ausdrücken die drei ordner Augen haben keine Schäden oh ja, sowas gefällt mir ja, sowas gefällt mir